Was ist der Unterschied zwischen einem Token und einem NFT? Ist beides ein Token. NFT steht für Non-Fungible Token. Jetzt ist aber der klassische Token, der Fungible Token, so wie man ihn kennt, eben austauschbar. Also wenn ich jetzt als Beispiel mal nehme, ein Token auf der Ethereum Chain, nehmen wir mal den Uni-Token, Uni-Swap, dann ist eben ein Uni gleich ein Uni. Ich kann beide gegeneinander austauschen, beide unterscheiden sich nicht voneinander. Sie sind fungibel und damit schnell austauschbar und dann auch viel liquider handelbar. Das andere gilt bei NFTs, die sind Non-Fungible Tokens. Das heißt, sie sind nicht fungibel, nicht gegeneinander austauschbar und haben einzigartige Eigenschaften. Manchmal ist es aber auch so, dass du ein NFT hast aus einer Serie, das ist vielleicht zehnmal das Gleiche, wie zum Beispiel bei den Veve Comics. Da hast du zehnmal die Spider-Man-Ausgabe XYZ, aber trotzdem mit verschiedenen Nummerierungen. Du hast ja hier auch Seriennummern. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Oder du hast eben ganz individuelle NFTs, wie zum Beispiel die CryptoPunks. Da gibt es 10.000 Stück und alle sind komplett unterschiedlich. Also nicht gegeneinander austauschbar. Und das macht es aus bei NFTs. Das ist auch ein neues Ergebnis. Untertitelung des ZDF, 2020